Hi liebe FCK-Fans, in unserem heutigen Türchen verlost unser offizieller Gesundheitspartner des NLZ IKK Südwest zwei Teilnehmerplätze für das FCK Fußballcamp. Für die Kids gibt es von mir einmal diesen wunderschönen Pullover hier und einmal noch den Betsy zur Verlosung und im FCK Fanshop könnt ihr die Sachen günstiger erhalten. Außerdem wünschen wir euch und euren Familie eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald auf den Betsy.